Wer kennt die Situation nicht? Man ist mit seinem Hund unterwegs und hat eine schöne Zeit, das Wetter passt, die Umgebung ist schön und was erscheint da? Ungefragt und fern der Heimat, der tut nix Hund. Ja, immer wieder spannend. Meine Meinung und eventuell Lösungsvorschläge dazu zu diesem Thema in diesem Video geht gleich los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich will dir jetzt ja nicht den Tag versauen, man kann ja auch lustig drüber sprechen. Das Thema tut nix Hund, genau. Vielleicht gleich ganz vorweg, die aller, 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 allermeisten Hunde, die ungefragt auf einen dann eventuell auch angeleinten Hund darauf zulaufen, sind wirklich tut nix Hunde, also die wollen nichts tun, also verletzen in dem Sinne. Das ist ja dann immer nicht die Angst, die man auch manchmal berechtigterweise leider haben muss, sondern die kommen einfach dann ungefragt viel zu dicht. Das ist das, was stört. Das ist das, was den eigenen Hund auch gerne natürlich dann mal dazu bringt, dass er sich an der Leine ungebührlich aufführt und so weiter und so weiter von den schlechten Gedanken, die der Besitzer dann dabei hat, würde ich jetzt dann gleich erstmal anfangen zu berichten. Das ist nämlich alles entscheidend eigentlich, wie so eine Begegnung ausgeht. Ich wollte bei diesem Thema wirklich ausklammern, diese Begegnung, die wirklich hochaggressiv dann eben aus, also enden, also ausgehend von dem fremden Hund, der sich euch nähert, weil das ist ein Thema, das müsste wirklich nochmal gesondert behandelt werden, weil wenn ein Hund so aggressiv, also das, was ich dann als wirkliche Gefahr auch dann beschreiben würde, sich euch bei nähert, wenn du da keine Waffe dabei hast oder ein geeignetes Tierabwehrspray, dann bist du tatsächlich wirklich in ernsthaften Schwierigkeiten. Aber wie gesagt, das ist die wirkliche Ausnahme. Das ist wirklich äußerst, äußerst selten. So, was viel eher passiert ist, ja zwei Varianten und von denen möchte ich gerne berichten. Das eine sind Hunde, die das vielleicht aufgrund ihrer Rasse so tun, wie sie es dann tun, was ich gleich sagen werde. Und es ist, oder es könnte auch ein Hund sein, der das tut, weil er, weil seine Absichten nicht gar so friedlich sind. Das sind die Hunde, die sich einem nähern, indem sie, ja, sobald sie eine entdeckt haben, kurz mal stehen bleiben, meistens ist das so und dann tatsächlich wirklich mit einem fixierenden Blick und mit einer eher schleichenden Gangart auf ein Zug kommen. Einige Starksten auch, also machen diese steife Fortbewegung. Also alles, was ja so ist, ist halt nicht locker. Daran kannst du schon mal sehen, dass der Hund es nicht unbedingt gut meint. Weil wieder, also oft mache ich solche Sachen klar, ja, anhand von Ausschlussverfahren. Ich sage dann so, wenn ein Hund unsicher ist und sich dann steif nähert, das schließt sich aus. Das geht nicht. Ein fremder Hund, der auf uns zukommt, der sich das dann eventuell anders überlegt, der würde nicht weiter auf mich, auf mich zu stark sind und auch erst recht nicht den Hund fixieren. Das ist, hat dann immer, da müsste man auf alle Fälle was machen. Da sich so ein Hund dann langsam auf euch zu bewegt, habt ihr noch gute Chancen, da zu reagieren und zwar adäquat zu reagieren, dass es nicht zu einem Zusammentreffen kommt. In den allermeisten Fällen muss man jetzt dazu sagen. Sonst würde ich vielleicht falsche Hoffnung wecken und das möchte ich nicht. Was da wichtig wäre, ist, man muss seine Gedanken beisammen haben und das ist die größte Schwierigkeit. Gerade bei Frauen, da sind Männer tatsächlich einfach besser für geeignet. Die können, ein 0815-Mann kann im Gegensatz zu einer 0815-Frau, es sei denn, es ist eine erfahrene, taffe Mutter, die können nämlich dann noch viel besser wie Männer, einfach mal sagen, was er sie nicht möchte. Nämlich, dass sich dieser Köter nähert. Meint man dann nicht böse, nicht persönlich, sonst irgendwie was, sondern das ist im Moment eigentlich dann nichts anderes wie ein unbeaufsichtigter Köter, der mich in meinen Kreisen stört. Ganz einfach. Das muss ich auch dann nicht so nett oder schön formulieren, dass sich da niemand von offended fühlt, wie man heutzutage so schön sagt. Sondern da gehört einfach mal Klarheit auf den Tisch, weil Hunde auch immer klar sind. Die würden nie gendern. Mal so nebenbei. Genau, so. Jetzt kommt dieser Hund auf einen Zug in irgendeiner schleichenden, verzögerten Gangart, sag ich mal. Könnte nämlich auch eine Rasse sein, die das gerne tut. Vorstehhund zum Beispiel ist sowas manchmal auch drin. Dann ist aber auch alles nicht so friedlich, weil man pirscht sich nur an Beute an. Ja, so. Was ich machen müsste, wäre meine Gedanken sortieren in dem Sinne, dass ich mir eben nicht folgendes denke. Das, was jeder, der eine Begegnung mit einem tutnixshund hat, zuerst in der Birne hat. Nämlich, wo ist dieser scheiß Besitzer? Warum passt er nicht auf seine Töhle auf? Oh Mann, Kacke, gleich dreht meiner durch. Oh Scheiße, hoffentlich geht das gut. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Das sind so diese Sachen. Man ist nicht bei sich und man ist auch nicht bei seinem Hund, sondern man ist bei dem, noch nicht mal bei dem Hund, der sich nähert, sondern ganz oft bei dem Besitzer, der noch nicht mal in Sicht ist. Weil man es ja gut auch mit einer halbwegs vernünftigen Erziehung nicht fassen kann, wie einige Leute denn da so irgendwie durchs Leben gehen, ohne Rücksicht zu nehmen auf irgendjemanden. Also so eigentlich so völlig nicht mainstream, sondern nur an sich oder an gar nichts. Vielleicht beschreibt es dieser Zustand noch mit am besten. Die denken, glaube ich, wirklich an gar nichts. Oft sieht man solche Leute, die ihren Hund in keinster Weise kontrollieren oder korrigieren daran, dass sie den noch nicht mal angucken, sondern eher ihr blödes Smartphone. Gut, unabhängig davon muss ich erstmal dann eben, diese Gedanken sind verboten. Wenn du die noch hast, brauchst du erstmal eher so ein bisschen mentales Training. Das hilft aber auch, wenn man sich das wirklich nochmal bewusst macht. Der erste Gedanke in einem Notfall darf nicht sein, warum das alles passiert oder so oder die Welt ist so ungerecht oder so, sondern scheiße, jetzt ist das schon mal so weit, jetzt machen wir das Beste draus. Und dann muss die Gedankenwelt, die ich jetzt gerade betrete, ganz klar nur bei dieser Situation sein, wie mache ich das jetzt am geschicktesten. Am besten du Hund, du nix sagen, du nach hinten. Und der Hund, der sich euch immer noch nähert, den schickt ihr am besten wirklich weg durch eine Körpersprache. Auch das klappt nur, wenn du die auch wirklich so meinst. Wenn du nämlich sagst, geh weg, dann kannst du noch so gerade dastehen oder so. Der andere Hund wird wissen, oh, Fake News und wird sich weiterhin nähern. Das klappt also nicht. Also muss man wirklich überlegen, was man da so macht, was man auch selber in der Lage ist, machen zu können. Für die Leute, die jetzt sagen, das ist mir jetzt alles echt zu viel, den würde ich wirklich als den machbaren Weg eigentlich dann nahelegen, dass solche Personen dann wirklich brenzlige Situationen vermeiden, indem sie wirklich da nicht gehen, wo sie wissen, da kommen solche Sachen ständig. Ja, wenn jemand das nicht bieten kann, dann wäre es halt einfach spannend. Aber nur das wäre die Lösung. Ich muss dem Hund durch ganz klares Auftreten dem fremden Hund sagen, ich will dich hier nicht. Wir wollen dich hier nicht im besten Fall. Meistens kommt vom Besitzer nicht so viel, aber von dem eigenen Hund. Und das kommt wiederum nur, weil der Hund merkt, scheiße, ich muss was tun, weil die tut nichts. Oder er. Naja, meistens die. Und das ist wirklich einer der Hauptgründe für Laienpöbelei, weil der Hund merkt, hier tut niemand irgendwie was, das läuft jetzt gleich verdammt schief. Natürlich spielt es auch noch mit eine Rolle, was der Hund für Erfahrungen gemacht hat. Wenn der so eine Besitzerin oder Besitzer hat, wo das dann eigentlich regelmäßig passiert, dass sich Hunde nähern und es geht eigentlich immer blöd aus, dann ist es oftmals eben auch ein Hund, der wirklich Angst hat davor, dass er jetzt gleich wieder gebissen wird, weil ihm vorher eben nicht geholfen wurde. Das ist wirklich ganz, ganz oft so, weil wenn man das ganz real mal betrachtet, einen Hund, der wirklich sehr, sehr stark ist, also wirklich charakterstark, da sind die Leute, wenn sie eben nicht in der Lage sind, diesen Hund zu handeln, tatsächlich schon in den allermeisten Fällen selber so schlau, dass sie den auch dort, wo sowas öfters passiert, nicht freilaufen lassen. Also das ist tatsächlich auch so. Also freilaufender Hund ist ja eigentlich eher das, was ich jetzt so meine, einer, der sich nähert, ohne dass der Besitzer direkt dahinter ist. So, kommen wir zur zweiten Variante. Das ist die, die eigentlich bei Tutnix-Hunden am meisten vorkommt, nämlich ein Hund, also eigentlich auch von einem Hundelein noch zu erkennen, mit äußerst guter Laune, in Vollspeed, oft dann eben, aber eben nicht so Strich, ich will die jetzt etwas fangen und jagen, sondern eher so, oh lustig, da kommt jemand zum Spielen, super, 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 ich renne schon mal hin. Also eher so eine hopsende, aber schon auch relativ schnelle und ungebremste Ernährung von einem Hund, der dann vielleicht sogar schon die Öhrchen zurückgeflapst hat. Das ist keine aggressive Ernährung, sondern das ist eine zwar auch natürlich unhöfliche, weil aufgedrängte Ernährung, aber es ist keine, die jetzt irgendwie dann einem Kampf vorausgehen würde. Also das ist wirklich, da von dieser Regel gibt es eigentlich keine große Ausnahme, dann müsste der Hund schon annähernd geisteskrank sein, dass er dann umswitcht innerhalb von einer Sekunde. Ja, also da braucht man nicht weiter darüber reden. Solche Hunde, das sind eigentlich für mich die wahren Tutnix-Hunde, weil die tun wirklich in den aller, 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 allermeisten Fällen nichts, sondern sind einfach bloß extrem aufdränglich und gehen einem deswegen auf den Sack. Auch bei den Hunden hat man eine große Chance, wenn man denn nicht seine Gedanken da bei dem fremden Besitzer hat, dem das in den meisten Fällen sogar auch noch wirklich wurscht ist, weil der in seiner Gedankenblase lebt, dass sein Hund doch nur freundlich ist und eben nur, der tut nichts, keine Angst, der will nur spielen, das im Kopf hat und der offensichtlich selber nicht drauf kommt, dass halt nicht jeder Hund jetzt da unbedingt mit seinem spielen will. Dann möchte ich einfach noch kurz erwähnen, das mit der, von wegen die Freiheit, das eine endet da, wo die vom anderen eben aufhört. Und das ist bei Hunden auch, aber wenn das jeder beherzigen würde, dann bräuchte ich jetzt hier nicht dieses Video reinsappeln, weil dann würde es sowas ja gar nicht geben. Ich möchte auch gerne noch erwähnen, dass ich mich nicht erinnern kann, in keinster Weise, dass es das vor 40 Jahren schon gegeben hat. Und das lag nicht nur an der, also einfach nicht vorhandenen Masse an Hunden. Damals gab es viel, viel weniger Hunde. Fragt mich nicht nach Zahlen, aber jeder, der auch so um die 50 ist, wird das und ein bisschen im Thema ist, wird das auch so sehen wie ich. Da war es sogar wirklich noch gang und gäbe, dass die Hunde eigentlich, die sind überhaupt nicht Gassi geführt worden. Bis recht wurden keine Seminare besucht. Wozu denn? Nicht, weil das haben wir nicht nötig, sondern den Leuten war es gar nicht bewusst, dass man so viel Brimborium um einen Hund machen könnte. Das ist tatsächlich auch etwas, was man einfach mal ansprechen sollte, weil das ist bei ganz vielen Leuten einfach noch nicht ins Hirnkastel durchgedrungen. Dass es also wirklich auch sehr, sehr, sehr stark dran liegt, dass die Hunde in Hundespielgruppen, in Welpenspielgruppen geschleppt werden, dass Leute wirklich ihren ganzen Tagesablauf danach richten, dass der Hund möglichst viel Freude hat und hast du nicht gesehen. Auch alles das führt dazu, dass man die Grenzen, die einem eigentlich mit guter Erziehung eigentlich vorgegeben sind, ständig überschritten werden, was denn die Freiheit des anderen dann eben noch bedeutet. Und das ist eigentlich sehr schade, aber es ist eine Tatsache. So, zurück zum Thema. Auch so ein wild ansausendes Gehopse kriegt man gestoppt mit der richtigen Gedankenwelt im Kopf. Auf alle Fälle ist das machbar. Dazu muss aber dann immer wirklich der eigene Hund, der darf da nicht mitschnabbeln, der muss erstmal so, Achtung, da kommt jetzt eine Rakete. Du bleibst hinten, ich mach das. Mit einem wirklich entschlossenen Schritt nach vorne, vielleicht sogar auch so, ey, also richtig mal den Hey du ansprechen. Und zwar so, dass der so, äh, was ist das jetzt? Sodass der erstmal wach wird. Das ist eine sehr gute Chance, dass man den fremden Hund, der auf einen zu rennt, gestoppt bekommt. Und dann, was machst du hier? Ab nach Hause! Also, aber auch solche Sachen, wo halt eine, ja schon durchaus eine erboste, ähm, ich will nicht von Zorn sprechen, eine erboste Emotion eben, ähm, mehr als deutlich mitschwingt in der Stimme, die kann ich nicht vormachen. Das ist nichts, was ich auswendig lernen kann oder was ich mir dann vornehme, beim nächsten Mal werde ich eine tiefere Stimme haben. Entweder hast du die, weil du das nämlich genau so meinst, weil du vielleicht auch wirklich die Faxen dicke hast, von den Hunden, die ständig in deinen Reinen semmeln, ähm, weil auch eine freundliche Kontaktaufnahme ja wirklich äußerst, äh, schmerzhaft auch sein kann. Also, das weiß auch jeder, äh, der mal auf einen ungebremsten, menschenfreundlichen Hund trifft. Das ist ja manchmal sogar wirklich gar nicht der Hund gemeint, sondern ein überdrehter Hund freut sich über alles und kachelt auch den Besitzer dann erstmal über den Haufen vor lauter Glück. Genau, auch da wieder, kann ich nicht oft genug wiederholen, mach dir keinen Kopf über die Gedankenwelt des anderen Besitzers, weil du kannst Deppen nicht ändern. Du solltest es auch nicht versuchen, ansonsten wirst du selber irre. Mach das einfach nicht, weil der ist in seiner Blase glücklich, kein Problem, lass ihn da sein, leave him alone, kümmere dich um deine eigene Blase und wenn irgendeiner gerade dabei ist, deine Blase zerstrechen zu wollen und sei es nur aus, oh, mit einer Nadel geht ein Ballon kaputt, dann hindere den da dran, indem du ihm ganz klar sagst, mach einen Abflug. Aber wieder, auch das klappt nur, wenn man es wirklich so meint. Und das ist schon so, dass, sagen wir mal, tutnix Begegnungen meistens dann so ablaufen, dass es eigentlich dann eher die netten Hundebesitzer trifft, die, die eigentlich nur ihre Ruhe haben, also die eigentlich nichts Böses wollen, die sich eigentlich auch gar nicht aufregen wollen, aber die dann so ein bisschen wie so ein Opfer rüberkommen, weil sie ihre Gedanken nicht sortiert haben. Das ist einer der wahren Gründe für diese Tutnix-Geschichte. Wenn du noch Probleme hast mit deinem Hund an der Leine, dass er dich halt, wo er hin möchte, auch hinterher schleift, dass er halt die Leine eigentlich ständig auf Zug hat und du da wirklich noch Bedarf hast, ich habe da was für dich vorbereitet, findest du unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link. Da klickst du einfach drauf und dann wird dir geholfen. Versprochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020